Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Es ist Samstag. Ich habe heute ein bisschen was vor und wollte euch heute einfach mal mitnehmen. Wie ihr seht, war ich bereits duschen, habe mir eine Maske aufgetragen. Und jetzt werde ich eben ein paar E-Mails machen und... Genau, mein Video für morgen vorbereitet. Denn morgen ist Sonntag und morgen kommt wieder ein neues Video online. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das hier am i. Dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Jetzt gibt es erstmal so richtig leckeres Frühstück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also das Video ist jetzt fertig geschnitten, hochgeladen. Die Infobox habe ich fertig gemacht, die Tags und bla bla blub. Ja, und eigentlich war geplant, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, dass wir heute Fotos machen. Aber es regnet ununterbrochen. Ich glaube, das wird heute nicht. Deshalb habe ich gedacht, dass ich vielleicht ein Video drehe oder sogar zwei. Jetzt werden wir erstmal ein Stück Torte essen. Guck mal, das ist richtig Foodporn. Wir drehen ein Foodporn. Ich weiß nicht, wie man ein Foodporn dreht. Das war richtig gut. Es hat gerade für einen Moment aufgehört zu regnen und wir nutzen diesen Moment aus und gehen eben mit den Hunden. Und dann werde ich mich fertig machen und werde Videos drehen. Ich habe richtig Bock, ich freue mich. So, Wäsche auch aufgehört. Gucken wir mal, was der Idiot da macht. Was tun, warte. Warte. Was versuchst du denn? Gibt einmal den hier. Ja. Kathi, weil ich es noch geschafft habe. Warte. Ich mache das falsch. Er macht das falsch. Ich habe es aufgenommen. Jetzt sammeln wir mal die Karten auf hier. Sag mal, Jürgen. Da sind auch noch welche reingeflogen. Wo? Da rein. Oh, das war gut. Oh, du hast die getroffen. Ja, okay, reicht jetzt. Komm. So, es gibt jetzt kurze Planänderungen und zwar, dass wir nicht shooten, habe ich glaube ich schon gesagt, weil es hat die ganze Zeit geregnet, das hat gar keinen Sinn gemacht. Und wir haben jetzt ein bisschen Wäsche gemacht, haben ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt werde ich mir eben die Nägel machen, dann werde ich mich schminken, fertig machen und dann treffen wir uns mit Freunden von uns. Ich habe es endlich geschafft, Leute. Ich bin fertig. Nägel sind auch gemacht. Yes. Wir haben Hunger und haben jetzt spontan entschieden, dass wir was essen fahren. Wir treffen uns mit Freunden und ja, fahren was essen. Ein kurzes OOTD und zwar habe ich, ja, so eine Cardiganjacke drüber, eine Jeans. Overnies und so ein Longsleeve. Ja, das ist mein Outfit, ach so, und so eine Tasche. Genau. Und jetzt fahren wir essen. Yay. Oh, ba. Wir machen Ters, Ters. Ey, das Stativ hält mal richtig mega, oder? Alter, geil. Halt gut, gleich so ein Klatsch. Nur dein Face wird man nicht sehen. Glaubst du? Wir fahren jetzt essen. So, bis gleich. So, Leute, und jetzt gehen wir Bohlen. Richtig motiviert. Und ich brauche ein... Ich muss meinen Akku wechseln, mein Akku ist schon leer. Doppelkin geht. Und jetzt warten wir noch auf den Rest der Friends. Disco-Bowling wird das. Jep. Jetzt geht's zum Bowling. Man kann nicht immer laufen. Nicht so schlimm. Vielen Dank. Ja Leute, wir sind jetzt endlich zu Hause angekommen. Das war ein echt cooler Abend. Hat Spaß gemacht. Wir sind jetzt aber auch todmüde. Ich werde mich jetzt nur noch abschminkeln, mich umziehen und dann auch ins Bett fallen. Das war es dann auch von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Hier habt ihr nochmal zwei Videos von mir und hier könnt ihr kostenlos abonnieren. Genau und dann sage ich gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.